sprechen und so diese ganzen simplen einfachen schnellen sachen sind alle rausgepatcht einladung hast du ja ich bin schon dabei ich habe auch zehn minuten eingestellt damit wir auch ein paar machen können und nicht immer nur jetzt mit einer hier drin hängen also müssen uns gegenseitig 80 also dieses der match kann mit mehr spielern gespielt werden ja ich habe auch nicht ich habe team der match ausgemacht 2 gegen zwei spielen diese musik ansonsten muss ich noch mal raus gehen muss das einzelnen starten ohne ich mache jetzt auch ich habe jetzt hier kein bock hier will ich zu machen dadurch gleich wieder ein kotzen das kann doch nicht so viel viel nicht alles werden wir sind doof und wissen nicht dass wir jetzt auch mal zu weniger leuten spielen wollen ich wollte ihn nicht treffen ich weiß es euch mit dem schlagring schlagen was macht er schlägt sich mit der hand wenn ich im kreis gewährt oder komplett um die ecke kevin 6 1 hat schalke steht jemand auf schalke ja wieso so keine seite oder habt ihr bekommen ja auch kundig geht es jetzt zwei spieler von sechs bis drei ich probiere noch was anderes meine frage seite es geht mir schon wieder auf den sack dieses sechs von wieso kann man nicht einfach etwas spielen zu viert wieso geht das nicht verstehe ich nicht ich aber er hat er auch noch sie muss mir sie haben vor die europa und ich glaube ich will es nicht er hat die jungen gedreht mehr in dem Moment haben wir ab oder rücken 8 in der Engel nicht hier auch hier oder drüben als ob du da oben gespawnt bist ich hörte gar kommt nicht mit dir runter kopf nun ordentlich hätte die so jetzt aber und rein hat die person ausgestaltet jaja endlich was für ein deutsch schreibst du jetzt hier wer hobbys sei ich sind nur ein stückige sind gar nicht zu weit hat sich geht reicht oder zehn minuten weil wir kämpfen gegen alle gegeneinander da weiß ich auch wenn ich meine wetter setzt kann es auch aufsammeln ich will halt einfach nicht dass wir jetzt hier unsere kohle für ausgeben aber die munition dann wieder bezahlen müssten ja du bist du da gerade drüber gesprungen ich schieße dich du sagst jungen scheiß kämpfer taktisches arbeiten ja taktisches arbeiten da kommt die um die ecke ach so man sieht die punkte nicht außer du machst krach also wenn man wenn du schießt dann sieht man dich auf der karte ich habe ich gar nicht mehr gehabt daneben ach ja abstaunen ich habe nicht mehr gab der weise von einer seite steht der nächste aber ich beobachte ja du guckst gern zu das wissen wir schon ach gebe jeder sagt da oben hat diese scheiß abstand aber das gibt mir so oft sagt ja du bist schon angeschlagen wir haben die hecke wie einfach in den auto eingestiegen ist ich glaube es nicht gut das hat teilweise aufgabe dass du überfahren muss um er kann aus dem auto ausschicken via testosteron braucht ich habe alles eingesammelt man kann die moment nachladen scheiße ich habe ja auch gedrückt du stehst trotzdem noch bleiben leben ich habe dich trotzdem noch gekriegt ich hatte ich hatte eine beste ich hatte kompletter heilung und trotzdem kriegst du mich das macht ja 0,0 sinn aber geschafft das geschafft wie sie meine kirche hier beendet leider schön dass ich eine waffe in der hand habt ihr keine munition hat scheiße aua erschreckt mich nicht so das auto hier steht immer noch da da oben glaub ich glaub nicht ich finde es auch geil dass die autos die man bewegt hat einfach stehen bleiben das ist ein netter touch aber habe ich zu ziehen doch die baby die richter unterschießen du asi alter die scheiß abstauber das geht nicht mehr da oben sitzt das baby was willst du warum ich noch gehockt habe ich wollte eigentlich auch irgendwie weiter schießen in dem moment wo ich schießen wollte zack voll die nacht ins gesicht ich glaub's nicht ich lebe immer noch ich glaub's nicht das ist ja Mr. Bean richtig fies ich glaub's nicht haut die mir voll die knache ins gesicht ich kotze ach das ist nicht wahr da oben sitzt du was erzielt nicht an ich hab dich hochklettern hören aah aah ich hab deinen Kopf gesehen und dann kannst du auch noch freiwillig zurück und dann bekachst du sie ok 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 ah der nächste dahinter ist es zum kopf ich krieg gerade nichts mehr gewacken nicht immer gleich kotzen du sagst dass du auch die ganze zeit dass ich kotze ja ja ich tue das genau ja ich immer noch da oben ja ja das ist mein haus und ich werde es verteidigen bis zum letzten tropfen ach meine fresse alter der nächste der da ich hab dich gar nicht vom punkt kommen da gar nicht gesehen was er kann ja weil du die nicht siehst wenn du wenn du keinen krach machst siehst du die punkte nicht ja 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 na komm 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 hab ich dich unter dir ist kevin hör auf zu verraten was ja ich hab kevin anvisiert wieder einfach verrät wo ich stehe weiß ich hab dich doch eh gesehen also den punkt wurde mir auch angezeigt das ist nicht wahr und ganz lang so die wasser auspacken wäre das nicht tot ich habe schon zehn minuten keinen mehr gekillt ich weiß dass du da oben die drei leiter abkämpft auch von 1 zu 1 kampf zwischen uns beiden leider deswegen steht bei mir 10 zu 10 jetzt habe ich jetzt habe ich es war ganz schön weit oben das war jetzt gott sie dafür mich meine rache ich habe gar keine munition mehr das entscheidend um die ecke direkt hat schott die bin es die bin es einfach die bin es ich habe nur eine handfeuerwaffe gehabt aber ich habe baby und den rick mit der handfeuerwaffe geholt mann ich habe keine munition knapp um einen kill herausforderung nicht geschafft mit zehn minuten nicht kein gekillt ab aber ich dachte neun tausend und drei tausend er war marcus das nicht geworden jetzt So, los kids. Oh na. Der Schrot! Ja nee, ist klar. Aua! Gussack! Ich wollte gerade Baby überfahren, Mann! Kamer von hinten, ich hab deine Schritte gehört! Das ist nicht wahr, Alter, du kriegst zwei Schüsse abstehst nur noch und ich bin tot, was ist das? Was hat denn für'n Tanz zum Abgang? Der Mann da so gegen den Reifen hinzu. Sie hat mich erwünscht! Aua! Das hast du wohl gedacht, wa? Ja! Ja, mit der letzten Kugel noch! Ja, er spannt neben mir! Das ist jetzt richtig dumm! Da! 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 Das hat gar keinen Sinn! Einfach drüber fahren! Aua! Hey, aus was weiße war! Hey Leute, was war das denn? Hey Leute, was war das denn? Hey! Aua! Alter! Alter! Ich hab' mir zu fallen! Ey! Du schaffst! Ich hab' mir von gegen! Faceplant 100%! Faceplant 100%! So geil! Hallo! Hey! Ich wollte doch nur zugucken! Ich war schon tot! Ja, und wer weiß, was du denn noch nie anstellst? Was ist denn das? Warte! Ich hab' die Krinze gewendet! Mann! Ich bin danach gestorben! Das gibt's doch nicht! ich habe nichts anderes das ist gerade so ein bisschen bei der runde macht aber spaß ja ja mal ein bisschen ist so frustrieren wir haben hier zu füßen fällt schön stecken nach käse das nachladen scheiße das war wie man es dauerhaft sichtbar wenn man das hat es ist wie am freitag über diesen scheiß game wie sich da von hinten anschleicht das ist nicht wahr zu zweit sind die säcke auf mich weil der record auch ein abgekriegt dann wieder weg gewesen das stimmt nicht nein doch doch so naja marcus hat mich gerade runtergezogen das war jetzt mein abstand aber ich habe mich wegen dir voll auf die wand rausgelegt das magste nach aua mann lass mich doch mal fünf meter auf derzeit abgekriegt reise mensch das hat so dumm aber meine waffe die schnell schiebt ich konnte sich an den strafen ich war jetzt auch noch einer kriegen müssen wäre es weg gewesen ist die bringt gar nicht Oh mein Kopf, meine Klamm war so. Jetzt sitzt er wieder am Auto. Ja, ich komme da jetzt zu. Aua! Tod. Du kommst dir aber auch fast nirgends nur durch. Überall irgendwas im Weg, was eine Fahrt aufhält. Ah nein, Brand vorbei! Nein! Weißt du, wer die Waffe gegangen ist? In der Schrot hast du keine Chance zur Entfernung. Alter, in der Scheiß... Die Schrotflinde, Junge, ist nicht so weh! Markus! Okay, dahinter kämpft irgendwo. In der Scheiß Mülltonne kämpft oder was? Da steht der auch. Ich hab Baby auf der Seite gehört. Ich krieg aber gerade nichts auf die Reihe mehr. Das war mir schon gut und dann baue ich gerade extrem ab. Oh! Oh! Au! Ich schieße ihn ab! Er ist nicht One-Shot! Ich bin sofort One-Shot! Ich bin sofort One-Shot! Ich londer, dass der Ent ist. Au! Ich hinterfrage deine Autofahrt! Ach du grüne Leute! Ich bin der Scheiß-Schrot! Ich hab den Scheiß-Handweilwaffe nur gehabt! Oh, Alter! Alter! Zwickmühle! 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 Du Sack-Junge! Ich hab 800 RP für den Kill von Kevin bekommen! 800! So viel bist du verletzt! Alter! Hast du jetzt nicht die Kisse? Und wenn ich das hinter mir... Aua! Last Kill! Erst! Weiter! Ich ziehe mindestens 5 Kills durch Kopfschüsse! Aua! Geschaut! Mach mal noch eins oder schon feiern? Ich glaube, eines können wir noch machen, ne? Mann! Ich war so gut dabei, weißt du... Verkackt mir die ganze Scheiße und noch alles! Die Woche 1 bis 4 Ich bin ein. Ich bin ein. Für mich ist ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Du bist so gut. Ich bin ein.